Ja, heute müssen wir uns mal so ein bisschen um Stauraum kümmern. Da sich dieses Maschinchen wirklich zu meinem Lieblingsmaschinchen gerade entwickelt, möchte ich dieses Maschinchen immer griffbereit haben. Das heißt, ich möchte was bauen, eine Art Halter oder Regal oder Schränkchen, mal sehen, was draus wird, wo die Maschine drin steht und wo auch das ganze Zubehör drin ist, dass ich jederzeit auf alles Zugriff habe und wo auch nichts verloren geht. Ja, also ich weiß selber noch nicht ganz genau, wie es aussehen wird. Das wird mir beim Bauen einfallen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, da haben wir unser hoffentlich richtig zugeschnittenes Material. Ich hatte natürlich zwischendurch mal wieder ein, zwei kleine Malheure. Okay, jetzt haben wir erstmal hier alles, was ich brauche. Wir werden das heute auf eine sehr einfache Art, einfach und schnelle Art miteinander verbinden. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie ich mir das gedacht habe und dann machen wir weiter. Also, hier haben wir die Rückwand und den Deckel. Der Deckel ist etwas massiver als der Rest, also etwas dicker, meine ich eigentlich eher. Einfach mal das Unterteil. Unter der Mitte. Dann werde ich mir so Zwischenteilchen, dass wir gleich die richtige Höhe haben, einsetzen. Das gleiche machen wir oben. Und hier auf der anderen Seite. Und mittig. So, soll das Ding am Ende aussehen? Ja, fall doch runter. So, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werde ich hier unten in die unteren zwei Fächer noch irgendwie eine Schublade rein machen oder so, aber da bin ich noch unentschieden. Und deshalb werden wir das Teil jetzt erstmal so zusammenbauen. Und zwar werde ich es leimen. Und in Amiland, da machen die immer ganz viel mit diesen Naglern. Und auch wir werden das heute nageln, einfach weil es schneller geht und die Nägel sind ja auch kaum sichtbar am Ende. Insofern, ja, ich will das Ding nämlich heute noch aufhängen. Insofern machen wir das auf die schnelle Art und Weise. Ich sage mal so schön, quick and dirty. Ich sage mal so schön, quick and dirty. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Leute, natürlich wie immer habe ich wieder mal was vergessen. Ich wollte euch eine Sache noch erklären. Und zwar, wofür habe ich diese zwei Fräsungen hier gemacht. Ja, die zwei Fräsungen sind natürlich für meine Stangen, die ich für meine Einschlagwinkel habe. So rollen sie nicht weg. Wir haben ihren fixen Platz. Ich komme da jederzeit dran. Ich brauche sie nirgendwo rauskramen. Und sie gehen vor allem nicht verloren. Alles hier drin, das war es jetzt aber auch tatsächlich. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschö. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bis zum nächsten Mal.